willkommen zurück im lager das brauchen wir nicht wir holen uns chrony wo immer auch ist und machen diesen wandler wo wir schon mal drinnen waren so mein freund wir haben einen größeren auftrag sensoren auf empfang commander wir beide müssen in die forma des games eindringen und ich in die zentral rechner stöpseln überlebenswahrscheinlichkeit 25,6 prozent aber wir brauchen mehr information über ihre technik sonst bleiben wir auf dauer im blindflug sie sind hochentwickelt und ich habe wenig interesse daran auf ihre nächste überraschung zu warten wir müssen versuchen den betrieb der former zu stoppen sonst werden wir nicht mehr lange überleben positiv erwarte befehle alles klar dann nehme ich dich mal mit kommit okay sorry bro ich und ich und chrony anscheinend wir holen uns keine verstärkung mit komm selbst wenn es am meistens hin ergeben würde dem chrony und falk da reinzubrechen das ist nicht da wo ist mein körstach jetzt so da diesen waren wir schon drin und hier machen wir den speedrun durch das ist doch der wo ich schon drin war da glaube nun mal schon wir haben keine zeit zum kämpfen wir haben nur noch zeit für legendäre loot und skylands vernichtung ich glaube das ist der wo ich schon drinnen war irgendwie kommt mir das gebiet genau null bekannt vor gerade komisch naja ist dir egal ich nehme den schnellen weg rein hohes risiko erkannt empfehle sofortiges entfernen nein nix da nur gegner werden wir entfernen ich glaube das ist der falsche konverter da war ich doch noch nicht drin aber egal ich habe mir mal was das mit dieser dinge macht nicht viel ich habe noch ausgewicht ja das wird auch gecreate dann das eis hm da haben wir schon die fetteren fights naja waschenring ja nicht wegen spiritualisierung meine ich oh er ist schon da vor uns floni pass auf er will nicht kerbstumpen au er macht nicht kerbstumpen mach mir ihn lieber ab gleich weg ach das dauert wieder ach der raptor ist auch schon da abklau am gefährlichsten er geht er geht da ist nein die völlig das schaffen wir mit schwert neue stufe ich bin jetzt nicht sicher ob das der konverte ist wo ich schon drin war aber ich glaube es nicht okay jetzt schaut schon ziemlich vertraut aus wieder aber sie könnten ja gleich ausschauen mein chrony in ruhe gute reichweite hatte gerade speedrun haben wir gesagt da ich mal annehmen dass das der konvert ist wo ich schon drin war dann werden wir auch gar nicht fett looten hier ich bin voll trutzend gegner einstehen mal den drang rein mann und schon wieder im drang soll ich zum nächsten dumm gehen kann ich mir gleich tränke holen mit der schub kann wäre das wahrscheinlich viel leichter blub blub ich habe einen drang reingehauen ich wollte gar keinen drang reingehauen ich wollte nur ist egal ist das treibstoff mit dem drang reingehauen wir waren die auch schon oder wir haben gerade nur im kreis reichen speedrun roady an die arbeit orte zentraleinheit des formers beginne mit der übernahme guter junge nicht so leicht verbindung hergestellt daten wurden übertragen forma um polung eingeleitet einstellung des betriebes wird erwartet das war der erste forma den wir präpariert haben positiv wie ist es gelaufen als du einige daten aus dem zentral rechner extrahieren können forma kontrolleinheit verfügt über eine künstliche intelligenz die autark operiert ja das haben wir schon erwartet konntest du sie übernehmen bei der übertragung der schlüsselalgorithmen aus dem mutterschiff wurde die kontrolleinheit überschrieben übernahme der kontrolle über operierende zellen des formers terraforming prozess signifikant verlangsamt sehr gut wadek hat tatsächlich recht behalten dann können wir die anderen former ebenfalls umpolen positiv wie lange wird es dauern bis der terraforming prozess bei dem ding hier komplett zum erliegen kommt analysiere nur grobe schätzung möglich aufgrund vieler unsicherer parameter aus damit wie lange 524 tage und 16 stunden doch so schnell das müssen wir beschleunigen zu wenig daten für eine zuverlässige prognose der nächste former wird uns hoffentlich mehr aufschluss darüber geben in ordnung mein kleiner wir wissen was wir zu tun haben einen machen wir noch und dann sehen wir weiter positiv das war ja easy ich hoffe ich ach wie lange war denn das jetzt ich verstehe das da ja vielleicht so 6 bis 8 minuten ich kann die Tür jetzt aufmachen aber oder kann ich die Tür aufmachen nein das war gift oder ja erscheint keiner dort für mich komm auf du Jacks komm wir mal zum kuratoren hauptraum rüber und wieder rausjumpen und in den nächsten 5s erledigen wir sehen uns wir sehen uns in den nächsten wir sehen uns sehen uns we das war ein schlechter dort ausreichend dann das schöne super ein hahn oder sohnentrank macht mich nicht mehr voll rings fünf stück damit man schön wach sind hier war der hauptraum ich habe damals nicht runter gehen können also probieren wir jetzt runter zu gehen sind hier gar keine gegner mehr sind die tot noch nicht alles andere wir schauen wir runter wir werden gleich sehen ob wir schaden kriegen oder nicht ja ne zeigt sich nicht aus dann machen wir doch noch einen wandlerformer wenn das so leicht ist später später was ist das jetzt das ist Kroni wollen wir dass ich zu Fuster rausgehe oder was ein Fahrer das ist der richtige Weg oder ich schätze mal wir werden da ja wieder durchgleiten wie spinne don't mind me just minding me own business da hau ich gerade ab falsche Richtung Stopp! Stopp! Ja, ist es gut. Ending up. Oh, ten shot in den Omen. auch dadurch schaden genommen richtung bin ich gerannt was liegt am boden unten noch einen toten super rein und in die richtige richtung und bürger und bürger und beiden strings perfekte kombi wenn man ja auch im check seine diät dass er schön ausdauer hat die stärke beweisen kann da waren wir auch unten schon mal mit der mission erledigen und rein da dieses ding wenn ich wieder ein gutes level up bekomme wird meine eisfähigkeit richtig schaden machen und zum stunnen schauts ja ziemlich gut aus hohe wahrscheinlichkeit für einen hinterhalt empfehle verstärkung anzufordern weiter klickt daneben eine beschädigte oder normale bleischleuder fehlt uns noch dann können wir diese bleischleuder auf ultra upgraden machen wir mal richtig schaden das klingt grad ach schau nicht zu das ist natürlich ein one shot gewesen op passt ein one shot das ist ja we go wo 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 Lass mal zählen, brauchen wir nicht wirklich, Golderz auch nicht, wieviel wäre das Ware. Ich bin gerade nicht mäßig, was Golderz gut wäre, Schmuck vielleicht, Amulette hat man im Markenspiel ja auch machen können, das so kann sein, oh je, boah, das wollte ich gar nicht. Einfach Schild dran draußen lassen. Dann passt schon alles. Wo sind wir hier, da, kleiner Heldrang, naja, das hilft uns nicht weiter. Hier ist die Tür, dann geht es wahrscheinlich da weiter. Hier nennen wir auch gerade nichts. Ja, hier sehe ich noch Loot. Also war der andere wirklich der Raum, den wir noch nicht darüber taten. Hoffenweise daneben geschossen. Nice. Und schon wieder daneben. Hör auf da, mit den Gegnern zu spielen. Ich sollte einfach die Schottkrank draußen lassen. Ich sollte einfach die Schottkrank draußen lassen. Ich sollte den Schottkrank draußen lassen. Schottkrankpatronen einzelne. Einzelne. Ganz wichtig, dass die da rumliegen und kein ganzes Zehnstück, Ladung oder 20 Stück, überpfeilen. Das ist der Weg weiter. Ich hab gezackt, das Ziel ist nicht so das Beste. Ich spiele gerade mit meinem Leben im Spiel. Ich muss immer alle meine Hellgegenstände hier aufbrauchen. Davon habe ich genug. Anscheinend bin ich... Oh, was war das? Ich sag's doch. Ein Judikatoren-Schwert. Wäre für den Käpt'n, zack. Schott, schott, schott. Irgendwie nur kleinen Kram hier. Nicht bedeutsam ist. Irgendwann wieder Bauchweh, ich hab's Knurren. Oder einfach nur Hunger. Der Jacks kann's nicht sein. Der hat schon genug gegessen gerade. Was bist du? Leider Knurren am Magen. Dass da einfach der Sound der Anlage ist. Knurren am Magen. Ah, jetzt geht's mir nicht aus dem Kopf. Geschütz, das war für nichts das Geschütz. der Hatsch hat. Ja, auf die Granate zu werfen, trefft sich hier gewonnen, entbrich nicht. Ja! Oh, das wäre fast gewesen mit mir, offenbar ist eine einzelne Munition, die sich so viel auszahlt. Was Gutes mag, dann ohne Muni wieder Energiezellen. Ah, das Magenknurren, na, Eisenbahn hat er mit sich. Cool, cool. Das hört sich sicher aus, so eine Eisenbahn mitzuhaben. Und zurück, kleiner Hetzer. So, wieder einen fetten Raum voller Kuratoren gibt dann. Das schaut nämlich easy aus, leichter als der andere kommt mir fast vor. Aber wir machen eh alle. Okay. Ah, dann spart der Kick gerochen. Ah, wenn ich die Bleischleute upgraden kann, war's das. War's das mit allen Gegnern. Dann wird's nur noch unfair sein. Sonst haben wir hier mal was Gutes. Wo sag's? Alles Konstitution warfen. Nichts Duschenwitter. Ja. Nein. Nichts Interessantes. Nichts Interessantes. Ich glaub ich hab meine Plasma-Waffe verkauft. Auch selbst benutzt. Hm. Interessant. Wursch. Vielleicht verschwinden die Kuratoren einfach, wenn man sie abschaltet. Ohne zuerst fängt sie zu fighten. Die werden's gleich herausfinden. Überlebenswahrscheinlichkeit extrem niedrig. Das ist nicht so schlimm. Vielleicht hab ich die Bleischleute in der Hand geholt. Weiß da alles. Na, da haben wir jetzt sogar einen Post. Wir klitsch das Lichter ein bisschen. Alles mal nachladen, bitte. Gut, 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 gut. Da war letztens auch noch Luke drin. Wahrscheinlich nicht. fa writes 5 Da. Licht aus. Was hast du sonst noch herausgefunden? Korrektur der ersten Annahme, dass Kontrolleinheiten der Forma autark operieren. Starker Einfluss der Kontrolleinheit 0 aus dem Mutterschiff lokalisiert. Verstehe. Du hast Signaturen von Kassandra gefunden. Kann uns das helfen, den Hauptforma der Sky ins lahm zu legen? Negativ. Schlüsselalgorithmus und vollständige Kennung Kassandras nicht verfügbar. Okay, das heißt für mich, dass die Kontrolleinheiten der anderen Forma nur kleinere Ableger der Mutterschiff AI Kassandra sind und auch von ihr kontrolliert werden. Negativ. Die Bezeichnung kleiner Ableger impliziert eine geringe Anzahl der Steueralgorithmen oder der Schnittstellen der... Jaja, aber im Grunde hat nur Mutter Kassandra was zu melden. Okay, wir können jetzt die restlichen Formen manuell abschalten oder gleich zum Hauptforma gehen, um das Terraforming der Sky ins aufzuhalten. Positiv. Ich muss nochmal mit Wadek darüber sprechen. Gut, dann mal los. Nichts wie raus hier. Stand by. Ah, ja. Ich glaub wir schalten alle ab. Das schauen wir nochmal zurück. Ob ich im anderen Raum noch was bekomme außer Fights. Ja, das sind die Fights. Ja, auf mit dieser Wache zu spielen. Waffen wir sie dann mal her. Da sind nur die Hetzer gekommen. Ah ja, da sind nur die Hetzer gekommen. Ich bin mir schwach bei den Kuratoren. Also die Hetzer alleine. Er trifft mich. Oh je. Oh je. Uh. Um die Ecke. Um die Ecke. Ja, ich bin nur großlässig. Und dann viele Typen. Ja, die Stunts war jetzt nicht wirklich das wahre. Ah, da kommt doch mal wer her. Sehr schön. Prinzipal. Big Boss kommt her. So sehr kann ich mich da nicht rauslehnen. Und wieder sinnvoll. Stimmt's! Imsoldurch. entaiert. Oh, die Ecken hat. Oh, die Forschergeflag. Oh, eh. die anderen kommen leider nicht her speichern wir gerade auch nichts da sind wieder mehrere so und ich stehe da auch ein bisschen im Wecker rum nein keine Granate werfen kann ich gerade alle Granaten werfen ja guter Rückzug das ist eine Distanzfreiheit unglaublich ich habe unabsichtlich einen Trank auch getrunken der wäre wieder nicht notwendig gewesen kommen wir um die Ecke kommt dann nicht ufff er will auch eine Granate werfen das war schon wieder der Nächste ein Hetzer nein Puh sehr viele Paniktränke sind getrunken nächster Paniktränke jetzt hör auf rum zu fliegen fast haben wir ihn runtergeschlossen ja die einzigen starken Gegner noch im Spiel überhaupt wenn es mehrere sind die Beleuchtung ist gerade ein bisschen runtergefahren worden wer spielt da schon wieder am Lichtscholter herum unglaublich da drüben stehen noch ein paar vielleicht da oben auch noch vielleicht hat es ja wichtig ich bin da reingeschossen kann leicht sein da sind wir dann wieder fast gefangen das brucht leider da rauf schauen lieber da sind wir mal auch noch welche nein gar nicht Hallo Leute runter mit dir runter runter mit dir da geht es nicht da geht es weiter da geht es weiter nein mit der Schottkampf nein mit der Schottkampf die Axt hat schistet ich uff ich glaube ein bisschen mal sagen ob da unten überhaupt gute Loot wäre ob Licht ist wieder an ich weiß nicht ob sich das auszahlt und gegen Gift reinschießen und dann runterheilen und dann runterheilen das geht so schnell rauf die Anzeige und dann noch rein ok ok raus hier wo ist das Depot und zeigen mir die Eingänge noch an Hanger Depot hier in Eiskräfte wird investiert und Sachen verkauft aber die Folge ist schon vorbei hier 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 ist auch und dann in Eiskräfte in Eiskräfte in Eiskräfte